Hallo alle miteinander und herzlich Willkommen zur 275. Folge vom Let's Play am 7.2. Angebersimulat mit mir auch Julian Rieser. Und ich heiße euch herzlich Willkommen zur neuen Themenwoche. Und zwar sind wir unterwegs auf dem kostenlosen Add-on Express 9106 in Frankreich. Wir fahren die Linie 91.06a und zwar von Comayles-Gare-Quai nach Masse-Gare. Entschuldigung wegen meiner Aussprache, ich kann kein Französisch. Der Fahrzeug ist ungefähr zwischen 45 bis 50 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O305G mit automatischer Türsteuerung. Wir fahren in Busverkehr weiten wie Payne. Erst bei der Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und viel Spaß bei der Fahrt und viel Spaß bei der Fahrt. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und viel Spaß bei der Fahrt und viel Spaß mit dem Platz in der Fahrt. Collis, ähm, Garay, oder was ich da jetzt nenne? Nee, ist der Ding. Das kann rausgehen. So blaut, hier ist ein Filmform. Nach Maseg, Garay. Mein Name ist Julien Riesler, ich bin heute ihr französischer, deutscher Busfahrer. Und wenn es sich sicher und veramsthaft wird, das schöne Frankreich begleiten. Was irgendwelche Fragen oder andere kommen können, sehr gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stelle ich in Erasmus-Fahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. In diesem Bus funktionieren die Ansagen leider nicht, weil es ein älterer Bus ist. Bitte halten Sie auch schon, wenn Sie aussteigen möchten. Dankeschön. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe euch an da draußen geht's soweit dementsprechend gut. Mir geht es auch gut, kann mich nicht beklagen. Und wir stehen bei 191 Abonnenten, aber bei 65.400 Aufrufe. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren ganzen kostenlosen Support. Mir fehlen nur noch 9 Abonnenten. Es ist immer noch ein Abonnentenziel von 200. Also wer noch nicht abonniert hat, du müsst gerne, wer möchte, kann das sehr gerne tun. Ich werde dann entweder am Morgen am Samstag oder am, äh, und dann den, ähm, OMSI 2 Live-Team, äh, machen. Ihr seid ja alle herzlich willkommen und eingeladen dabei zu sein. Dann werden wir auf dem Erdhorn Aachen unterwegs sein. Auf den beiden Lingen, äh, 73 und äh, 33. Aber ich weiß noch nicht mit welchem Bus, wenn ihr sehr gerne Buswünsche habt, könnt ihr sie sehr gerne, äh, dann, äh, beisern im, äh, im Live-Stream. Und hier auf diesem, äh, Add-on gibt's auch mein Steam. Da sprechen hier die Fahrgäste, äh, manche Fahrgäste sprechen Deutsch, die anderen sprechen, äh, Französisch. Also ich werde auch ein bisschen mit denen Französisch reden. Dass ihr alle, äh, Bescheid wisst, ne? Bescheid! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020